Neue Woche, neues Wetter und ab heute auch ein neues Wetterstudio bei wetter.net. Und damit herzlich willkommen zur letzten Woche vor der Weihnachtswoche. Das Wetter, das hält heute nur wenig Überraschungen bereit. Meist bleibt es wie vor im Osten trocken, Temperaturen 3 bis 4 Grad. Nach Westen hin etwas Regen möglich, bei 6 bis 9 Grad dann doch schon deutlich milder. Die kommende Nacht, die wird meistens frostfrei verlaufen, 1 Grad im Osten und bis 5 Grad entlang des Rheins. Dazu hier auch im Westen einzelne Schauer oder auch längere Zeit mal etwas Regen. Temperaturen am Erdboden aber stellenweise um die 0 Grad und das heißt hier droht hier und da wieder Straßenglätte. In den kommenden Tagen, da geht es zunächst relativ mild weiter. Der Dienstag bringt bis zu 7 Grad plus, dazu ein Gemisch aus Sonne, Wolken und etwas Regen. Am Mittwoch und Donnerstag wird es etwas kälter. Vor allen Dingen hier am Donnerstag 0 Grad maximal im Osten, dazu auch etwas Schnee. Nach Westen dann doch milder und deswegen hier bei 6 Grad ab und zu Regen. Und der Blick auf das vierte Adventswochenende, es wird deutlich kälter, vor allen Dingen hier am Nordosten. Wir werden mit minus 5 bis 4 Grad eine sogenannte Grenzwetterlage bekommen. Das heißt, kalte Luft aus Osten kommt bis hierher voran und hier im Südwesten dagegen bleibt es relativ mild. Das heißt, wir haben hier auch im Übrigenbereich die Gefahr von Glätte und Glatteis. Ja und wie es nun Weihnachten tatsächlich weitergeht, das wissen wir heute immer noch nicht, denn wir können noch nicht absehen, wer sich denn durchsetzt. Wird es die kalte Luft schaffen, auch den Westen mit Kaltluft zu fluten? Oder bleibt es mild und die milde Luft flutet den Osten mit warmer Luft? Das werden wir erst in den nächsten Tagen erfahren. Also bleiben Sie dran. Tschüss, bis morgen.